Was? Ist die jetzt immer noch kalt? Ich hab's ja nicht so wie ne Kälte. Normalerweise steht die ne Stufe tiefer noch. Bin ja eher so ne heißer Typ. DAW Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der DAW Versteher. Heute wieder aus den schönen Hallen aus dem Studio A hier im Storia Mastering Studio. Und ich freu mich wieder... Björn kann sich schon nicht mehr halten. Ich freu mich schon wieder, dass ich hier dabei sein darf. Dass ich den weiten Weg auf mich genommen hab. Freu ich mich über mich selber. Und zu Gast sein darf bei meinem großen, großartigen Freund bei dem Weltkulturerbe der deutschen Audioszene bei Björn Schlüter. Heieiei. Selten, dass du dich mal in der Einladung schon so dermaßen im Kopf von Kragen geredet hast. Du musst doch groß machen. Aber anscheinend hast du irgendwas wieder gut zu machen. Oder hast irgendeinen Anschlag auf mich vor, von dem du mir noch nicht erzählt hast. Aber solange, wie der Jonas sich dann noch was überlegt, darf ich dir, darf ich euch ganz herzlich natürlich meinen allerliebsten Kompagnon zu meiner Linken, zu eurer Rechten vorstellen. Der liebe Jonas Wagner, himself... Ja, persönlich. ...aus den Juniorstudios aus Münster-Wollbeck angereist. Schön, dass du wieder hier bist. Und schön, dass wir wieder hier im Studio einen Podcast aufnehmen. Und dass wir Kaffee trinken können. Kaffee trinken wir auch, ja. Vor allem ist das ja hier, was hast du gesagt? Chocolate Chill-Out trinken wir. Chocolate Chill-Out, genau. Zum letzten Mal. Nächstes Mal werden wir, glaube ich, mehr verraten, Zum nächsten Mal gibt es was ganz Besonderes. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr drauf gespannt. Aber jetzt ist es leider auch die letzte Folge, muss man ja dazu sagen. Ja, es reicht. Die letzte Folge. Also die wir mit diesem Kaffee bestreiten natürlich. Genau, beim nächsten Mal dann anderer Kaffee. Letztes Mal war es aber auch schon eine letzte Folge. Wir haben uns ja letztes Mal von der Studioszene gemeldet. Genau. Und das war eine letzte Folge vor Publikum. Also zumindest die für dieses Jahr, die letzte Folge mit Publikum. Aber so. Ich glaube, wir haben jetzt genug Clickbait schon in den ersten zwei Minuten produziert. Ach komm, lass stecken. Ich habe schon überlegt, vielleicht steht ja sogar so ein Titel drauf. Ich weiß ja noch gar nicht, welchen Titel ich dranschreibe. Normalerweise lasse ich mir dann während des Schnittes dann immer einen Titel einfallen. Vielleicht habe ich ja sogar drangeschrieben, dass es die letzte Folge war, so wie ich beim letzten Song auch drangeschrieben habe. Geht's weiter. Genau. Geht's noch weiter. Geht's noch? Was passiert jetzt? Geht's noch? Geht's noch? Hallo? Das ist auch so deutsch, ne? Hallo? 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 Entschuldigung. Hallo? Hallo? Ja, es war tatsächlich sehr schön auf der Studioszene, muss man sagen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, da den Podcast aufzuzeichnen vor Publikum. Vor allem mit diesem lustigen Kopfhörersystem, was sie da hatten. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es am faszinierendsten, weil wir ja zum ersten Mal über SM7-Mikrofone, also über dynamische Mikrofone direkt am Mund gesprochen haben. Sagen wir mal nicht, dass es SM7 ist, war es zwar, aber generell die Kategorie dynamisches Mikro direkt am Mund, weil das ja früher in Radiostudios ganz oft gemacht wurde. Die klassischen Radiomikrofone waren ja SM7B oder RE20 von Electro Voice. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe so ein Mikrofon und es ist großartig, muss man wirklich dazu sagen. Oder weil sie es sich vielleicht nicht leisten konnten oder wollten, das MD441 von Sennheiser. Auch ein großartiges Mikrofon, muss man wirklich sagen. Also wirklich bin ich riesen Fan von, weil es einfach klingt fantastisch. Obwohl es ein ganz normales, dynamisches Mikrofon ist, kostet auch fast noch 1000 Euro. Und ich fand es klasse, dass wir auf dieser riesen Messe sitzen konnten und trotzdem diesen geilen Sound hatten irgendwie und sehr viel von außen einfach ausgeblendet wurde, oder was halt eben bei Kugelmikrofonen wie diesen hier nicht geht. Jetzt sind wir zum Glück hier wieder in dieser ruhigen Umgebung. Von daher kann man das da gelten lassen. Aber ja, war ein Megaspaß mit Publikum. Auf jeden Fall. Und wir haben ja hinterher noch viel, viel gequatscht mit ganz vielen Leuten, die da rumgelaufen sind. Und du? Genau, ich habe den lieben Jonas dann noch eingeritten. Einfach mal auf den lieben Warren Juart geschubst, sozusagen. Der lief da gerade so ein bisschen an uns vorbei, quasi in dieser, wie hieß das? Sofa? Sofa-Lounge? Ja, genau. Doch irgendwie so, ne? Studio-Sofa. Studio-Sofa. Und ich durfte immer wieder feststellen, dass Englisch verstehen und Englisch sprechen zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Vor allem, wenn man die Diskette schon mal länger nicht mehr rausgeholt hat. Und dann stand ich jetzt neben Warren und sein Kameramann, ist übrigens der Kameramann auch von Christian Kohle gewesen, der da die Kameraarbeiten gemacht hat, hat mir direkt ein Mikrofon angesteckt. Ich wusste gar nicht so richtig, wie mir geschah. Und zack, standen wir schon vor der Kamera und haben uns unterhalten über die Studio-Szene. Ja, das war schon witzig, ja. War ich ein bisschen irritiert, war aber im Video drin tatsächlich. Also es gab ein Review-Video von Warren über den Studio-Szenen-Tag und da war ich sogar mit drin. Also liebe Grüße, falls Warren zuschauen sollte. Weißt du schon, ne? Hier, wir beiden, ne? Da läuft was. Und ich habe Warren tatsächlich gefragt, ob er da was gefunden hat und er hatte einen Channel-Strip gefunden, der ihm sehr gut gefallen hat. Jetzt habe ich leider von Giraz, glaube ich, oder sowas ähnlich von... Giraffe. Giraffe, genau. Dieses Gerät da vorne ist auch Giraffe-Audio. Genau, hatte er, glaube ich, einen Mega-Channel-Strip gefunden, der irgendwie Dinge konnte, die ein moderner anderer Channel-Strip nicht konnte. Ja, die haben jetzt so einen, wahrscheinlich meinte er, diesen Saturator quasi ist das, was die jetzt... Also es ist mit der Messe quasi rausgekommen. Okay, alles klar. Habe ich noch nicht von gehört. Und der Chef war auch selber da. Ich vergesse immer wieder den Namen. Ich hatte auch schon Kontakt mit ihm. Ja, ich habe auf jeden Fall erzählt, dass mich das AEA-Mikrofon, das KU5A, nachhaltig beeindruckt hat und ich überlege immer noch, ob ich es kaufe. Das letzte Mikrofon, was du... Ja, das letzte Mikrofon für den letzten Song und so weiter. Apropos letzter Song. Ich habe neulich mal wieder aus dem Affekt, weiß ich gar nicht... Achso, doch, weil ich auf meinem alten YouTube-Kanal gewesen bin, The Music Man. Achso, ja. Wo ich unter anderem die Weihnachtsvideos veröffentlicht habe und ich wollte einfach mal gucken, ob die Weihnachtsvideos jetzt schon wieder laufen. Wann geht Weihnachten los? Kann ich im Prinzip an dem The Music Man-Kanal sehen, weil da sind ja die Musikstücke, die ich mit meiner Tochter gemacht habe, drauf. Und da kannst du immer so sehen, wenn die Zugriffszahlen von tausend tolle Plätzchen hochgehen oder von du bist der Weihnachtsmann mit dem langen weißen Bart, wenn das hochgeht, dann weiß ich, okay, jetzt ist die Weihnachtszeit angefangen, jetzt gucken die Leute wieder die Videos und hören die Musik. Hat es schon angefangen? Ja, tatsächlich, aber schon im Oktober. Ja, klar. Ist ja vollkommen klar. Wenn es die ersten Spekulatios zu kaufen gibt und dem gucken. Und habe das zum Anlass genommen, nochmal alte Musik durchzuhören, die ich gemacht habe, weil man verliert ja so manchmal so die Perspektive auf das Gesamtwerk, was man so gemacht hat. Hast du nostalgisch versunken oder hast du geweint und hast gedacht, oh, das würde ich heute ganz anders machen? Nee, ich habe ein paar Bierchen getrunken und habe mich gefreut, dass ich das heute noch gut finde. Dass ich also Musik, die ich gemacht habe, heute noch gut finde und war selbst überrascht. Ich habe so ein paar Akustik-Cover da auch drauf. Unter anderem von dem letzten Sting-Song, der rausgekommen ist, oder von einem der letzten Sting-Songs, der rausgekommen ist, Just Can't Wait, Living Without You oder so ähnlich irgendwie. Ich habe mich nur von der Akustik-Gitarre aufgenommen mit ein bisschen Gesang oder von Foo Fighters was aufgenommen und habe gedacht, ach, guck mal, das könnte ich mal wieder machen. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie selten ich eigentlich tatsächlich Musik mache, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, andere Dinge zu tun hier im... Anderen zu erklären, wie sie Musik machen. Ja, anderen zu erklären, wie sie Musik machen müssen, dann die ganze Verwaltungskram und was nicht alle dazugehört. Ich komme so selten dazu, Musik zu machen. Und deswegen ist es umso schöner diesen Monat, dass wir im Premium-Bereich dieses Mal keine Spuren des Monats haben, mehr oder weniger, wo man einfach, wo man, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber wo man einen Satz Spuren bekommt und dann einen Song mischen kann. Da kann man ja extrem viel lernen einfach, weil du auch die Referenz damit kriegst. Nee, dieses Mal gibt es ein Set Spuren, einfach nur Vocals. Also ich habe nackte Vocals diesen Monat im Premium-Bereich und die Aufgabenstellung für die Premium-Familie ist dann quasi, bau da einen Song drumherum. Wir haben die Vocals einmal komplett nackig, also ohne alles irgendwie. Dann haben wir einmal vorbearbeitet, schon mit EQ und Kompressor, dass du also dich nicht darum kümmern musst, irgendwie, dass es bearbeitet werden muss, die Spurkelspur. Und dann einmal sogar mit Hall und Delay drauf und so weiter und so weiter. Also richtig groß. Und habe das reingezogen in die DRW und festgestellt, macht richtig Spaß. Also die einzige Vorgabe ist Tempo 127, weil die von den Vocals vorgegeben werden und die Tonart ist vorgegeben. Aber selbst damit kann man ja spielen. Also wenn du es langsamer oder schneller haben willst. In dem Rahmen von ein paar BPM und ein paar Cent geht das immer. Ja, und ich habe auch schon ein paar Noten verschubst irgendwie beim Gesang, weil die jetzt in die Akkordfolge, die ich mir jetzt ausgedacht habe, nicht reingepasst haben. Aber das war einfach, das Interessante ist, man schiebt das immer so vor sich her und denkt, ja, müsste man eigentlich mal machen. Und wenn man dann angefangen ist, dann ist es wie eine Netflix-Serie. Du kannst nicht mehr aufhören. Oder wie mit dem Sport machen. Wenn du erst mal die Schuhe anhast, dann geht es. Ja, aber erst dann. Aber wirklich auch erst dann, wenn du den inneren Schweinehund überwunden hast. Und ich habe wieder festgestellt, wie viel Spaß mir das macht. Habe allerdings auch festgestellt, wie schlecht ich im Klavierspielen geworden bin. Und du sitzt da wirklich und hast irgendwie, das sind ein paar Akkorde. Ich kriege es nicht fehlerfrei eingespielt. Ich ärgere mich über mich selbst. Weißt du, Gitarre denke ich nicht drüber nach. Ich habe das auch mal gelernt. Klavier? Ja, ja, klar. So richtig vom Blatt und so? Ja, ja, so richtig mit Noten und so. Das finde ich ja von meiner Frau so faszinierend. Die hat das auch gelernt als Kind. Muss man wirklich sagen, die war schon vor zehn oder so. Das ist auch das Klavier, auf dem sie gelernt hat, steht noch bei uns zu Hause. Was cool ist, klappst du einfach auf, drückst die Taste, kommt ein Ton, nix hochfahren, gar nix irgendwie so. Ist einfach ein analoges Gerät. Und die ist tatsächlich, du stellst dir ein Blatt Noten vor die Hand, dann setzt sie sich da hin, guckt und dann fängt die an zu spielen. Also, die spielt die Noten. Das hat jetzt nichts mit Musik zu tun, in Anführungszeichen. Da erklingt halt eine Melodie und so weiter. Also mit Musik machen, in dem Sinne hat er nichts. Aber, dass sie das einfach so ganz, das ist so wie Maschinenschreiben, so mit zehn Fingerschreiben an der Tastatur. Das kann die auch gut. Die guckt auch nicht wie beim Schreiben und so weiter. Und da stehe ich immer da fasziniert davor und denke, das gibt es doch gar nicht. Wie kann man sich da einfach hinsetzen? Und beim Klavier, es ist ja teilweise laufen da ja zehn Noten gleichzeitig. Also es ist nicht wie beim Bassspielen, wo nur eine Note läuft. oder also Schlagzeugspielen finde ich auch faszinierend vom Blatt. Das ist auch ein Ding, was in meinen Kopf nicht reinwirkt. da bist du natürlich jetzt bei mir an der Kopf der falschen Adresse. Weil als ausgebildeter klassischer Musiker und als Dirigent von Orchestern, ich meine, da erwarte ich ja auch von 60 Leuten gleichzeitig, dass sie jeder ihre, also es funktioniert ja nun mal nur dann, wenn jeder sein, ich sage immer, wenn jeder das spielt, was da steht, dann sind wir schon sehr nah am Ziel. Oder wenn die Leute fragen, wie soll man das denn spielen? Ja, steht doch da. Ist ja immer so ein bisschen, natürlich ein bisschen schnippisch gemein, aber oftmals, klar, es liegt natürlich auch immer am Notenbild und am Arrangement. Nur weil du da, wie du schon sagst, wenn du da jetzt hinschreibst, die Melodie ist G, A, C, G. So, das ist ja, erstmal sind das vier Töne und die kann man natürlich interpretieren. Und der Arrangeur oder der Komponist, wenn wir jetzt kurz über Noten sprechen, wen das interessiert, es ist ja so, dass du nicht nur den Ton, also ob das jetzt ein G oder ein C oder was auch immer ist, das gibst du ja vor, dann gibst du ja vor, wie lang dauert der Ton. Im besten Fall hast du noch eine Tempoangabe, damit du natürlich weißt, eine Viertel dauert so und so lange. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, wie, welche Dynamik heißt, welche Dynamikstufe, wie laut soll der Ton, soll der Ton lauter oder leiser werden, soll er einen Akzent bekommen, soll er kurz erklingen, soll er breit erklingen, soll er vielleicht noch einen Triller bekommen, soll er eine Verzierung bekommen, soll er eine Vorschreibung bekommen. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, ein und die gleiche Melodie, diese vier Töne oder nimm Hänsel klein oder was weiß ich was. Und das ist ja eigentlich das Faszinierende, finde ich. Das ist ja bei diesem, wo du Triller gerade ansprichst, bei diesem berühmten Stück Ist ja Bach, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Johann Sebastian Bach. Auf jeden Fall, die erste Note ist auch nur eine Note und darüber steht Triller. Das heißt, es wird zwar gespielt, man würde sagen, es sind drei Noten, aber notiert ist nur eine Note und drüber steht Triller. Oder wie auch immer das gezeigt ist an der Stelle. Ich habe mal einen Podcast drüber gehört. Es gibt verschiedene Sachen, wie man das schreiben kann. Und tatsächlich werden Triller, jetzt sind wir ganz nördig hier für alle, für klassische Musik, ganz viele Freunde und alle, die Johann Sebastian Bach mögen. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass das nicht Bach ist. Ich komme aber auch gerade interessanterweise nicht auf den Titel. Okay, dann ist das jemand anders. Egal, schreibt es uns mal in die Kommentare oder in die Show Notes. Der Noob sitzt hier auf jeden Fall. Ja, also ich bin gerade, ich habe aber auch ein Brett vorm Kopf. In Triller, das ist wirklich so das Interessanteste, weil in jeder Epoche, musikalischen Epoche, die es ja gab, bis heute werden Triller unterschiedlich ausgeführt. Also es gibt grundsätzlich erstmal den Triller, oder bedeutet Triller immer, dass du den Ton, der jetzt steht, also wenn er zum Beispiel in C steht, die Note C, dann ist das grundsätzlich ohne weitere Anweisung, trillerst du mit C und D. Also nach oben. Genau, nimmst du einen Ganzton nach oben innerhalb der Tonart. Ach so, okay, alles klar. Wenn da jetzt ein C steht und du hast, aber keine Ahnung, bist halt in einer Kreuzentonung, dann wird auch kein C stehen. Aber das ist jetzt total bescheuert. Wir gehen jetzt total weit weg von dem, was ich sagen will. Aber die Ausführung des Trillers, ob das zum Beispiel gemacht wird, oder viel schneller, oder ob es eventuell sogar nochmal eine Umspielung nach unten geht, da, hier, da, da, hier, da, oder sowas. Das hängt ganz stark von der Epoche ab. Und hängt das dann auch mit dem Geschmack des, jetzt gehen wir jetzt noch tiefer rein, auch mit dem Dirigenten zusammen, wie er es haben möchte? Nicht, okay. Ich habe das gesehen, klar, wir haben auch schon unter vielen Dirigenten gespielt, da war das wichtigste Utensil in der Probe wirklich einfach der Stift, weil er das im Prinzip das Arrangement nochmal arrangiert hat. Okay. das gibt es durchaus, ne, vielleicht ist das, am ehesten kommt das aber dann zu tragen, wenn du jetzt vielleicht auch keine perfekte Orchesterbesetzung hast. Also wenn dir vielleicht gewisse Instrumente fehlen oder du eine gewisse Überbesetzung hast, das ist ja nun mal im Amateurmusikbereich, ist es ja nun mal leider nicht der Luxus, dass du jetzt hast, sagst, okay, ich habe hier ein Orchester, ich habe 50 Stellen, die besetze ich mit jeweils dem Instrumentalisten, den ich brauche, sondern im Orchester, im Amateur- oder semiprofessionellen Bereich hast du halt mal, wenn du Pöchst hast, hast du mal, keine Ahnung, 24 Klarnetten im Orchester sitzen. Aber keine Violin oder was? Ja gut, das wäre jetzt natürlich beim Symphonieorchester ganz, ganz schlimm, jetzt eher auf, ich bin ja dann eher so in der Welt des Blasorchesters, der irgendwie unterwegs, der symphonischen Blasmusik. Ja, manchmal musst du da schon kreativ werden, aber ich sage mal, unterm Strich, das Einzige, was so richtig zählt, ist, dass die Interpretation nachher eben gemeinsam ausgeführt wird, finde ich immer. Ja, da wird alles gleich gespielt. Bei so vielen Leuten, die du unter einen Hut bringen musst, musst du halt manchmal so ein bisschen den Individualismus auch leider ein Stück weit dann eindämmen, um daraus dann eben dieses wuchtige Orchestrale zu machen. Ich sage, mein Spruch ist immer, wir brauchen nicht 50 Solisten, wir haben maximal ein Solisten gleichzeitig eigentlich. Das sind 50 gleichzeitig, achso. Aber es bringt mich zu der Frage, weil du hattest ja im Rahmen der Studioszene hinter den Kulissen nach einem Saxophonisten für ein Konzert gesucht. Hast du einen gefunden? Ja, eine wunderbare junge Dame habe ich da gefunden. Genau, da hatte ich Konzert mit meiner Big Band, genau, liebe Grüße an die Medium Big Band Dülmen. Dazu muss man sagen, er suchte nicht irgendwie eine Saxophonistin für mal ein Solo von Shadow on the Wall oder sonst was irgendwie, nein, die musste zwei Stunden ein ihr unbekanntes Programm vom Blatt abspielen. Genau, das war leider, leider sind wir ja wieder in dieser Zeit jetzt, wo dieses mit Corona auch da wieder am Start ist und ja, wir hatten dann ein richtiges Showkonzert, Gala Konzert, was so roundabout zwei Stunden ging, also das war ordentlich Programm und meine Baritonsaxophonistin hat es dann leider erwischt, kurz, also wirklich halt spontan, kurz vom Konzert und dementsprechend musste dann die junge Dame, die ist Studentin aus Münster, die studiert dort Schulmusik mit Saxophon im Hauptfach, studiert da Mathematik, ja, wahrscheinlich auch im Nebenfach, weiß ich nicht, die ist auf jeden Fall ganz spontan eingesprungen und die ist wirklich ungeprobt, die hat Freitagabend, ich weiß noch, ich bin Freitagsabends nach Köln gefahren, hier zur XXL Comedy Nacht, wo du mir geschrieben hast, viel Spaß in Oberhausen, ich weiß nicht, wie du auf Oberhausen kamst. Ich dachte, du hättest mir gesagt, dass du nach Oberhausen wolltest, weil es gab zwei Veranstaltungen, eine in Köln, eine in Oberhausen. Ja, die in Oberhausen war da, wo wir in Hamburg waren. Achso, okay, alles klar, also gut. Jonas hat mir viel Spaß in Oberhausen gewünscht, aber da war ich gerade auf Höhe Oberhausen. Ja, wie es passt, ja. Auf der A3, äh, A2 und dann habe ich mit der telefoniert, aus dem Auto, habt ihr dann quasi aus dem Auto raus geschickt, kriege ich hin und am Samstag um 15 Uhr saßt ihr auf der Bühne, dann haben wir kurz einen Soundcheck gemacht, ähm, samt kurzer Probe, aber halt, es war eigentlich mehr ein Soundcheck, war ein typischer Saal, gegen den man halt erstmal anmischen muss, ne, ähm, und dann hat die zwei Stunden Konzert mit uns gespielt. Wahnsinn. Das war schon, also, das war schon eine Kasse. Danach war die aber wahrscheinlich auch platt, oder? Ja. zwei Stunden Blatt lesen. Also, die war schon wirklich echt, ich muss sagen, die war richtig cool. Also, die war so, ich hab auch zwischendurch so gedacht, okay, ich sag mal, war jetzt vielleicht nicht alles ins letzte Detail perfekt, geht natürlich auch, ähm, geht natürlich auch kaum, ähm, aber ein junges Mädel, Studentin, ähm, wirklich sehr, 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 sehr großer Respekt, dass sie das so, äh, gemacht hat, nur sie hat sich zumindest nichts anmerken lassen, wie sie innerlich drauf war. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, war auf jeden Fall, zum Glück, haben wir das noch hinbekommen, weil, äh, ja, du hast es ja teilweise mitbekommen, ich hab irgendwie, glaub ich, äh, an die 30, 35 Leute angerufen. Das grenzt dann von Zweiflung schon fast. und vor allem, das war jetzt auch der Kontakt vom Kontakt, vom Kontakt, der mal gehört hatte, dass dann Kontakt, und weiß ich nicht, obwohl man dann auch irgendwann natürlich nicht mehr weiß, wen ruf ich da jetzt überhaupt an, ne, äh, ist das eine Person, die mal ein Saxophon mal in der Hand hatte, oder, ne, oder nicht, da muss man sich dann schon sehr darauf vertrauen, dass die Leute, ähm, sich selber gut einschätzen können, ne, das, das ist oftmals so, aber, ne, hat alles, äh, und auch eine sehr charmante junge Frau, äh, war, war alles passend. Die ist jetzt neuer Sub bei euch dann in der Band, oder was? Ja, die ist auf jeden Fall auf Kurzweil. Also Sub für alle, die es nicht wissen, Substitute, Ersatz, also falls mal jemand ausfällt. Genau, kein besonders tiefer Bass, sondern ein, ach ja, Bass, auch sehr faszinierend. Ich bin gerade auf der Herfahrt, ähm, hab ich mir noch mal das, äh, Rolling Stones Album angehört, über das wir gesprochen hatten, und hab da noch mal festgestellt, warum, es sprechen ja so viele über den K-Test, ne, warum ich in meinem Ford keinen K-Test machen sollte, weil ich, wenn ich dann mal davon, Scheiße klinge. Ja, genau, weil wenn ich mal davon ausgehe, dass das Album einwandfrei gemischt ist, irgendwie, dann war im Bereich zwischen, also für mich gefühlt, entweder hat es meinen Tinnitus angetriggert, meinen Tinnitus, ja, das ist so eine Kombination aus Tinnitus oder Hörsturz, den ich mal hatte, äh, entweder den angetriggert, aber es war irgendwas zwischen 100 und 160, 70, äh, was tierisch genervt hat in meinem Auto, wo ich gedacht hab, das haben die da nicht reingemischt, irgendwie, ja, genau so, ne, vor allem immer die Bassdrum, die ist halt nicht auf, auf Sub-Bass getreten, sondern die ist halt, gemischt ist sie halt ein bisschen höher irgendwie, sodass du dann oberhalb von 100 Hertz liegst irgendwie, und dann macht er das im Auto immer so ganz unangenehm auf meinem Ohr, so, und ich denk so, okay, also hier brauch ich keinen Car-Test machen, also zumindest nicht, was das angeht irgendwie, äh, aber da bin ich ja eh froh, dass das mittlerweile sich mehr oder weniger erledigt hat und ich das nicht mehr machen muss. Ich hab ja ein neues Auto, seit, ähm, Genau, ich wollte dich noch fragen, wie der klingt. Genau, seit letzter Woche, glaube ich, hab ich den abgeholt, ähm, und, ähm, ist ja im Prinzip den gleichen, den ich vorher hatte, also seitdem wir auch nach Hamburg gefahren sind, quasi nur das neue Modell davon, und tatsächlich ist die Anlage da drin, mindestens mal, mindestens anderthalb bis zwei Stufen besser als vorher. Wird hört. Naja, vor allem auch diese, wie nennt sich das dann, adaptive Lautstärke-Regelung, glaube ich, wie nennt sich das. Was macht das? Also, jetzt, jetzt gibt's mit Sicherheit ganz viele Zuhörer, die das besser wissen als ich, aber in meinem Verständnis ist das, das Auto, klar, erkennt, wie schnell du fährst, und ob du jetzt auf der Autobahn fährst, oder keine Ahnung, und passt dann die Lautstärke automatisch an die Umgebungs-Lautstärke an. Okay. Wie das genau passiert, weiß ich nicht, und ob da vielleicht auch sogar eine adaptive Klang-Regelung noch stattfindet, ähm, weiß ich nicht genau. Wäre ja super, wenn da so ein, so ein neues Canceling auch, eingebaut wird, so, dass so Windgeräusche quasi weggefiltert werden vom Auto. Das wird schwierig, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Das wäre immer eine Aufgabe. Yes! Aber die, die Anlage klingt schon deutlich besser als beim Vorgänger, muss man wirklich sagen. Deutlich ausgewogener, und ich habe den EQ da jetzt auch komplett auf Null, also das alles so wie es ist. Kann mich nicht beschweren, aber da ich jetzt ja auch nicht mehr der, zum Glück nicht mehr der ganz große Autofahrer bin, also der viel Auto fährt, also ich fahre ja keine 10.000 Kilometer im Jahr, ist das für mich, also ich, wenn andere sagen, Car-Test, dann sitzen sie 2, 3 Stunden am Tag im Auto, ja. Und ich sitze halt 6 Stunden, oder 8 Stunden am Tag im Studio, ja. Das ist dein Car-Test quasi. Sagen wir mal, ich sitze im Schnitt, keine Ahnung, 35 Stunden die Woche im Studio, und sitze im Schnitt 3 Stunden die Woche im Auto. Also, ich mache dann den Studiotest, wenn ich was im Auto gehört habe. Ja, natürlich machst du den Studiotest, so wie das jeder machen sollte. Aber eine Frage in dem Zusammenhang noch, bist du jemand, der, wenn man im Auto sitzt, dann sitzt man ja nicht in der perfekten Stereo-Position, also solange man jetzt nicht einen Monoposto hat, wo man in der Mitte zwischen zwei Speakern sitzt. Das heißt, das richtige Stereo-Erlebnis hat man im Auto ja nicht. Bist du jemand, der dann die Balance ein bisschen nach rechts schiebt, damit die rechte Seite ein bisschen lauter wird, als die linke, damit man mehr Stereo hat, das Gefühl? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, mache ich aber nicht. Mach es aber nicht. Ne. Also ganz ehrlich, so wichtig ist es dann auch nicht. Ne, also mir ist das, ich weiß ja, wir haben uns ja schon ganz oft drüber, ich habe zu Hause auch jetzt keine, keine 12.000 Euro HiFi-Anlage, weil ich sonst keine Musik ertragen kann oder so. Ich habe da so eine JBL-Box für 150 Euro liegen. So ein Charge-Ding oder was? So ein transportares Bluetooth-Ding. Also ich kann jetzt, ich sage mal, ich brauche jetzt nicht irgendwie mein Handy auch voller Lautstärke in der Küche liegen, Musik hören, das kann ich nicht ertragen. Aber ganz ehrlich, ich war letzte Woche noch bei einem schwedischen Möbelhaus. Ah ja. Ja. Und die haben ja, was ich nicht wusste, ich war schon lange nicht mehr da, eine Kooperation mit Sonos. Genau. Und haben ja diese, haben wir diese Regalspeaker, also so Rechtecke, die du ja wirklich so in Regale reinstellen kannst. Da gibt es aber auch Wandhalterung und ziemlich cool aussehende Stative, finde ich auch dazu. Okay. Dann haben die ja so Bilder, so Panels halt so. Habe ich mal von gehört. Also ich habe nicht, dass ich sie gehört hätte, aber ich habe davon gehört, dass es die. Und dann haben die nochmal so, die sehen auch aus, glaube ich, wie diese Original-Sonos, also diese dicken, runden Dinger. Die sind aber eine Lampe. Ach. Total geil. Also da ist halt ein Lampenschirm drüber. Und dann konntest du da an so einem iPad oder was, konntest du einfach nur, konntest du jetzt keine Musik auswählen, in dem Sinne, da gab es ja irgendwie Pop, Rock, Hip-Hop, Klassik oder so, da konntest du drauf gehen. Und da konntest du, stand alles nebeneinander und da konntest du quasi immer hin und her schalten zwischen den verschiedenen Dingern. Und ich muss sagen, ich war absolut, absolut begeistert. Okay. Also ich muss, ich war wirklich, ich meine klar, du kennst das ja, stehst da in dieser, also nicht oben in der Ausstellung, sondern unten in dieser Rammschalle. Ja. Sozusagen, da ist es natürlich auch mega laut. Ja. Und gut, stehst ja direkt davor. Ich muss sagen, diese Lampen, also dieses fette Ding, das hat da halt so dieses typische Problem, dieses völlig übertriebenen, Bassmanagement. Ja, also, dass sie versuchen eben, nicht vorhandenen Bass, geht ja nun mal nicht physikalisch, dann, ja, mit diesem Fake Bass, nenne ich es jetzt mal, also das war sehr, ich fand es sehr unangenehm, irgendwie, vielleicht jetzt für Leute, die irgendwie nur Hip-Hop oder EDM oder so hören und sagen, boah, ich finde das aber auch geil, wenn das einfach richtig drückt und, ne, okay, ich fand es jetzt aber sehr unausgeglichen, dieses Wandpanel, ja. Verstehst du die Idee? Ist halt, keine Ahnung, wie, 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 ein paar Zentimeter tief nur. ja. Okay, verstehe ich, aber dann diese kleinen, rechteckigen Teile, ich war total begeistert, ähm, davon und, äh, Also die im Regal dann drin sind? Ja, die kannst du ins Regal, also die passen in, was ist das dann für ein Ikea-System, da keine Ahnung, äh, in diese, in dieses Maß halt rein, dass du die wirklich so in deine Wohnwand oder was dann so reinpackst, dafür gibt es aber auch eine Wandhalterung, wo du dann auch den Winkel drehen kannst und es gibt auch richtig Stative dafür. Okay, und hast du die mal unterschiedlich gehört, weil im Regal haben die ja eine andere Resonanzfläche, die die mitbringen als an der Wand? ähm, wenn, wenn die im Regal sind, sollen die, glaube ich, auch nochmal deutlich mehr Bass dann bekommen. Das hatten die jetzt da so nicht. Da musst du nur aufpassen, dass dir das Geschirr dich aus dem Regal hüpft. Ja, also ich war kurz davor, ähm, vielleicht kann ja mal, gerne mal jemanden drunter schreiben, wenn jemand die zu Hause vielleicht sogar hat. Ja. Ähm, oder uns auch gerne eine E-Mail schreiben, natürlich, wenn ihr jetzt bei, bei Spotify oder Co. hört. Genau. Ähm, mich würde das wirklich mal interessieren, so ein, so ein, äh, von jemandem, der ja, wenn er uns zuhört, wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen was mit Audio zu tun hat. Irgendwie audiophil sein könnte. Genau. Ähm, ja, einfach mal so eine Erfahrung dazu zu hören, weil in dem, ich hab, ich hab mich einfach nicht getraut in dem Szenario. Ich stand da und irgendwie. Was kosten die denn? Sagen wir mal so, wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber das ist ja meistens auch überschaubar. Das war wirklich okay. Ich meine irgendwie eine Box irgendwie 150 oder so. Ja, okay. Äh, und du kannst die halt auch koppeln, äh, äh, auf Stereo, ähm, aber mich würde das einfach mal so, so interessieren. Ich war einen Tag vorher, bevor wir bei Ikea waren, waren wir nämlich bei Freunden zu Besuch, ähm, und die haben halt so eine Bose Soundbar. Ja. Ne? Aber auch eine gute. Ja. Sag jetzt mal, ähm, und, ähm, ich hab da meinen, meinen üblichen, äh, Test gemacht. Naja, also die hatten halt so, das sind so, die, so Gamer auch, die lieben so Videospiele und sind auch so ein bisschen so in dieser, lieben auch Filmmusik und Gaming, äh, Musik und die hatten so eine Playlist laufen, also so sehr epische, äh, orchestrale Sachen halt auch. Und ich hab mich dann erstmal so auf die Couch gesetzt, so wie man das halt so macht, wenn man ein bisschen bescheuert ist mit, mit Musik und Tonsechnik, hab mich da erstmal auf die Couch gesetzt und dachte so, boah, der klingt richtig geil. Ja. Und dann hab ich gesagt, ja, mach mal Get Lucky an und dann hab ich nach drei Sekunden gesagt, ja, mach aus. Ja, warum? Ich sag, ja, äh, die Box ist zwar echt geil, echt richtig schön vom Sound her, aber, ähm, dann hört's dann doch auf, ne? ähm, 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 wir verraten ja bald, bald erst, äh, warum, äh, äh, wir bei Get Lucky auf gewisse Sachen achten. Äh, genau, da gibt's noch ein Feature im nächsten Premium-Bereich, was ich gerade ausarbeite, aber dazu tatsächlich in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr, äh, in dem Zusammenhang, ich hatte gerade noch eine Idee, achso, genau, ich bin, beim Kochen bin ich neulich tatsächlich auch, wir haben, ähm, in der Küche haben wir so einen, so einen Amazon-Speaker stehen, dem ich dann immer sage, oder wie der heißt, oder wie der heißt, ja, nicht den Dot, sondern so ein, so eine Kugel, so, aber eine etwas größere Kugel schon, die bringt dann so ein bisschen mehr Sound mit, egal, wie das heißt, Amazon-Dingsbums. Ja. Auf jeden Fall kann ich der zurufen, dass ich Musik hören möchte, und dann macht die das. Meistens. Also meistens sind eben auch, manchmal auch das Richtige. genau, manchmal auch das Richtige, und dann, wenn man über so, so Happy-Accidents sprechen möchte, also, äh, glückliche Zufälle, dann ist mir tatsächlich, neulich habe ich, ich wollte, äh, ich wollte Zenyatta Mondatta von Police hören, so das alte, das alte Album, ne, also nicht Regatta de Blanc, sondern ich wollte Zenyatta Mondatta. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen, weil ich weiß, ich habe es ja immer nur gelesen, ich weiß nicht, wie man es original aussprechen würde. Auf jeden Fall habe ich ihr das gesagt, sie möchte das bitte abspielen, und dann hat sie aber das allererste Album von The Police rausgekramt, weil sie mich nicht verstanden hat, und dann das allererste Album von Police abgespielt, und alter, da brannte die Luft, ich dachte, was ist denn hier los? Weil ich hatte zwar irgendwann gelesen, dass Police mal aus dem, aus dem Punk entstanden sind, aus dem frühen Punk, aber da ging vielleicht der, da ging wirklich der Punk ab, im wahrsten Sinne des Wortes, die, die Band brannte total, wo ich gedacht habe, boah, was eine Energie, und auch ein, zwei Stücke, die ich eigentlich von später erst kannte, die ich da schon mal gehört habe, und wo ich wirklich gedacht habe, okay, ist alles schon da, was sie dann später charakteristisch und groß gemacht haben, aber vor allem die Energie, mit der Sting wirklich dieses Mikrofon mal trätiert hat, ist wirklich, der hat das, also Schreien war untertrieben, dann Stuart Copeland am Schlachtzeug wirklich nicht zu bremsen irgendwie, und Andy Summers spielt sein Zeug irgendwie, und dann, und du wirst einfach wahnsinnig, und denkst, das sind drei Leute, und dann habe ich daraufhin noch mal, das alte, ist ja aus heutiger Sicht auch schon wieder alt, das Live-Konzert von 2008 rausgekramt, wo ich glücklicherweise in Düsseldorf dabei sein durfte, das war damals die Entscheidung, ob ich da hingehe, oder ob ich da nicht hingehe, weil mein Bruder hatte, für die Firma hatte der ein paar Karten gekauft, hat gesagt, wer Lust hat, kann mitgehen, und ich habe dann irgendwann, war so, die überlegen, hm, gehe ich da jetzt hin, und sehe meine Helden sterben, oder gehe ich da nicht hin, und ärgere mich hinterher, dass ich nicht da gewesen bin, so, weil once in a lifetime, so schnell werden die nicht wiederkommen, the police werden nie wieder auf Tour gehen, also nicht wie die Stones, und dann wurde mir die Entscheidung, in Anführungszeichen, abgenommen, dadurch, weil meine Frau schwanger war, und dann war klar, okay, in dem Zeitraum kommt unsere Tochter zur Welt, das heißt, ich fahre nicht auf ein Konzert nach Düsseldorf, wenn meine Frau anruft und sagt, hey, in zehn Minuten geht es los, oder so, also bin ich zu Hause geliehen, dann verschob sich das alles, meine Tochter war schon geboren, und mein Bruder kriegte irgendwie einen Termin rein, dass er nicht hin konnte, also war eine Karte frei, yes, okay, entscheidend fahre ich hin, fahre ich hin, ja komm, fahre ich hin, was hast du zu verlieren, und so, hingefahren, und das war eins der geilsten Konzerte ever, und das gibt es auf Blu-ray und auf DVD, hab ich dann gekauft, und hab das, die Aufzeichnung ist, glaube ich, aus Rio, glaube ich, Rio de Janeiro, aber ist exakt die gleiche Energie, und die kam raus, und das ist, da haben die das wieder zu dritt hingestellt, wo du wirklich sagst, okay, das Ding hat ja wirklich mit jeder Größe an Band gespielt, und dann haben die das zu dritt gemacht, irgendwie, und dann hatte der noch so einen Sub, so einen Sub-Synthesizer unten auf dem Boden stehen, konnte da spielen, während er Bass gespielt hat, hat er gleichzeitig gesungen, den Bass unten am Boden nochmal mit dem Fußpedal gespielt, die anderen beiden machen eh Dinge, so, habe ich dir nicht neulich noch ein Video von Stuart Copeland geschickt, wo der alles macht, ja, alles gleichzeitig, und, ey, wenn ich diesen Blick von Stuart Copeland sehe, dann weiß ich, was Energie ist, also, wenn mir irgendeiner erzählen möchte, dass er Energie hat, dann sage ich, pass auf, ich gleich dich mal kurz mit Stuart Copeland beim Spielen ab, ne, fehlen nur 87%, aber hallo, ey, dieser Typ, der hat, und wenn der am Schlagzeug sitzt, dann hat der immer den Blick nach vorne, der guckt ja immer auf die Jungs, was machen die, und hat immer im Blick, was der macht, damit der auf alles reagieren kann, was von vorne kommt, also, für mich einer der besten Drama ever, ich weiß nicht, wie du es siehst, wer das spielt natürlich, ne, du, ganz ehrlich, das ist ja totale Geschmackssache, ne, ich meine, von der Energie her, und so, für die Art von Musik gerade, so die Anfänge, die ersten Sachen, ne, das ist schon brutal, irgendwie, aber ich hab tatsächlich auf dem Weg, äh, zu der Live-Geschichte, die ich gemacht hab, wo ich hier gerade auf dem Karton voller Mikros, äh, von dir, von dir, der hier am Rand steht, für alle, die es nicht sehen können, die, die du mir netterweise ja geliehen hast, da hab ich tatsächlich, das war die erste längere Fahrt, mit dem, mit dem neuen Auto, und da hab ich natürlich auch mal so ein paar Sachen, wollte ich mal, gut, ich saß ja auch lange im Auto, hatte ja auch Zeit, In dem Fall mal ausnahmsweise ja. Genau. Und hab tatsächlich, äh, ich glaube, was hat mir Amazon rausgeschmissen, ich glaub Police, Best of, oder Greatest Hits, oder so, und da hab ich mal wieder festgestellt, ähm, dass ich, äh, dass ich mir das nicht eine Stunde lang am Stück, irgendwie, äh, geben kann, ähm, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich mir fast, gar keine Musik mehr, lange am Stück, äh, geben kann, ähm, das hatte ich auch noch, äh, auf dem Zettel stehen eigentlich, so ein bisschen für heute, als Thema, ja, also, äh, so als Frage auch, ne, irgendwie, woran, also ich hab mich das dann selber gefragt, woran liegt das, dass ich, äh, ich kann zwar drei Stunden am Stück Musik hören, ja, ne, ich kann auch acht Stunden am Stück im Studio arbeiten, äh, aber woran liegt das, dass ich so schnell so satt bin, nach einer bestimmten Band oder nach einem bestimmten Genre, so, ne, und meine Erklärung ist einfach, äh, ich kenn das gar nicht mehr, weil ich sitz hier und arbeite halt, äh, gefühlt mindestens mal an zwei bis drei komplett unterschiedlichen Dingen auf dem Tag, ähm, und mir ist es auch aufgefallen, so dieses, man sagt ja heute, Binge-Watching, Binge-Watching, genau, ja, kann ich auch nicht, äh, ich nicht, ne, ich kann mich nicht hinsetzen, äh, jetzt irgendwie Sonntag, äh, oh ja, am Regnen, scheiße, was machen wir, ja, Roller an, runter, ab auf die Couch, oder keine Ahnung, wenn ich dann andere höre, boah, ich hab die ganze Staffel am Sonntag durchgeguckt, so, äh, also mittlerweile, denke ich so, Respekt, also nach drei, vier Folgen, von irgendwas, werde ich so hebelig, da stehe ich auf, da fange ich an, die Bude zu saugen, oder, äh, keine Ahnung, Rudern, Rudern, oder, äh, irgendein Quatsch, der Junge muss mal in die frische Luft, ja, irgendwie bin ich nicht mehr, ja, weiß ich nicht, wie man, wie man, hab ich aber auch schon Ewigkeit nicht mehr, ich erinnere mich vor, ach, das ist auch schon ewig her, bestimmt 20 Jahre, äh, ne, 20 Jahre, also wir wohnen jetzt 12 Jahre, 15 Jahre im Haus, doch, fast 20 Jahre muss das her sein, dass meine Frau und ich uns, da hatte ich schon einen Beamer, allerdings im Wohnzimmer, hängen, was wir uns morgens um 11 angeguckt haben, und gesagt, wenn wir jetzt anfangen, dann schaffen wir alle drei Extended Cuts von Herr der Ringe, oh, 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 weißt du, da waren ja auch diese Kino-Events, gab's da ja auch immer, ne, mit alle Teile, oder auch alle Harry Potter und hast nicht gesehen Teile, oder alle Star Wars Teile, oder so, ja, boah, ja, immer wenn, ey, gehst mit hier, alle Star Wars Teile, mega geil, ganz ehrlich, ne, ganz ehrlich, reicht mir, wir können gerne eingucken und dann gehen wir mal essen, ich hab's bei Theo Ketzmann ja aber auch gehabt, ich hab tatsächlich das gleiche Phänomen, dass ich dann irgendwann satt bin, weil dann hab ich's, ich nenn's dann immer, dann hab ich's verstanden, so, ne, ich bin an dem Punkt, wo ich dann denke, okay, alles klar, ich hab neulich gesehen, Chick, Nile Rodgers und Chick im NPR Tiny Desk Konzert, mega, also Nile Rodgers ist ja eh einer meiner Helden irgendwie von Mitch Chick und, oh, war ans Mikro gekommen, einer meiner Helden und hab mich total gefreut, dass der jetzt mit dieser kompletten Band da wirklich, also zwei Keyboarder, zwei Sängerinnen, ich glaub zwei Gitarristen oder ein Gitarrist, er war der Gitarrist irgendwie, noch Schlagzeug, noch Bass dazu, also große Besetzung auf jeden Fall, dann Tiny Desk und er sagte zwischendurch, oh, das ist wirklich der kleinste Tisch, auf dem ich je was gespielt habe und dann haben die da aber abgerockt und dann hab ich aber auch festgestellt, so nach 30 Minuten, ja, hab ich verstanden, ich bin jetzt durch, mehr brauch ich nicht, bei Theo Kitzman hatte ich das nach 60, 70 Minuten, war ich auch satt, wo ich gedacht habe, total geil, aber viel länger brauch ich das jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich war jetzt ja in letzter Zeit auch auf vielen Live-Events irgendwie, also zumindest für meine Verhältnisse, für andere ist das vielleicht normal, ich weiß gar nicht, also jetzt viel Comedy-Sachen, ja, drüber gesprochen, ist ja ohne Musik meistens. Ja, genau, zum Beispiel hier auf der 1Live XXL Comedy-Nacht in der Längste-Arena, Kaya-Yana, dann hier Atze mit, mit Dings hier, Leon Winscheid, Leon Winscheid, so, jetzt sind wir noch, mach ich übrigens gerade die Tour-Trailer für, geil, für Leon Winscheid. Sind wir noch bei, bei Basti Bielendorfer jetzt beide und so, also wir sind irgendwie viel unterwegs, das hat sich jetzt einfach irgendwie alles so zusammengestaut, irgendwie Tickets, die wir schon ewig hatten oder teilweise verlegte Shows und so. Teilweise Corona-Technisch auch noch nachzunehmen. und auch da sitze ich dann irgendwie so und merke, meistens dauert das Programm dann noch so 15, 20 Minuten, da denke ich schon so, ja, ja, okay, ne, nicht, weil die dann irgendwie nachlassen oder sowas, ne, einfach nur, es ist komisch, ne, und man sagt sich immer, ja, die, die jungen Leute, die haben auch keine Aufmerksamkeit mehr und so, ich meine, das ist ja auch etwas, das lernst du ja auch als Gesellschaft. Ja. Klar, natürlich die Leute, die damit groß werden, sag ich jetzt mal, die, die jetzt 16 sind, die, äh, haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nicht ein Album mal am Stück durchgehört. Warum auch? Weil sie das Konzeptalbum erstmal gar nicht verstehen. Ne, jetzt wird es natürlich jetzt lernen. Doch, meine Tochter, das, beide Best-of-Alben von ABBA, aber, das ist ja quasi ein Querschnitt über 10 Alben. Ja, genau. Ähm, aber ich glaube, es wird mittlerweile auch so ein bisschen gelernt, ne, ähm, zumindest wenn du dich auch so in dieser Landschaft, in dieser Medienlandschaft ja auch auffällst, ne, äh, wenn du es gewohnt bist, du machst einen Fernseher an und hast halt deine drei Programme, deine 10, deine 20 vielleicht, 25 und entweder guckst du jetzt irgendwas davon und wenn da Werbung kommt, dann guckst du trotzdem und guckst halt nicht. Machst halt aus und liest ein Buch oder, oder gehst raus oder was auch immer. Aber heutzutage, wenn ich mir überlege, ähm, man hat jetzt mal wirklich nichts vor. Haushalt ist fertig, alles ist tako. Alles ist erledigt. Alles ist tako. jetzt setz dich hin und sagst zu deiner Liebsten oder deinem Liebsten oder wie immer immer so, wollen wir mal einen Film gucken? Jetzt mal ganz ohne Scheiß, wer von unseren Zuhörern oder Zuschauern kann denn sagen, wir entscheiden uns innerhalb, außer es kommt jetzt, du wartest jetzt wochenlang drauf, da kommt der neue, weiß, weiß ich weiß Film, ab dann ist der bei Netflix verfügbar. Ja. Aber im normalen Szenario, wie schnell einigen sich denn normale Menschen auf dem Film? Gefühlt dauert das ja länger, einen Film zu finden und auszusuchen, einen zu gucken, weil du hast Netflix. Wir haben zum Beispiel, was haben wir noch? Wir haben Amazon, wir haben Disney, wir haben Sky. Sag was. Sag lieber, was du nicht hast. Wir haben einen ganzen Schrank voll Blu-rays und das wird ja jetzt nicht mit mir so gehen. Ich meine, das ist ja bei vielen so und dann, ich denke da auch jedes Mal, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ich will dann irgendwie immer was ganz Tolles gucken, aber bis man dann mal irgendwie da ist, wo... Ich habe ein Kino im Keller, ich könnte jeden Tag runtergehen, könnte im Kino einen Film gucken mit einer Surround-Anlage, wo du dich gewaschen hast, irgendwie mit einer 3 Meter Leinwand, also nicht 3 Meter Diagonale, sondern 3 Meter quer. Also die Diagonale habe ich nie ausgerechnet, wie groß das ist, dieses 3 Meter. Und es ist ein Riesending, ich habe 1000 Filme stehen da in verschiedensten Disc-Formaten und warten darauf, geguckt zu werden. Weißt du, wie oft ich da im Jahr unten bin? Zweimal? Ja, wenn es hochkommt irgendwie. Da bin ich häufiger in der Sauna, die in unserem Haus schon eingebaut war, die einen Raum weiter ist. Also ihr merkt, läuft bei ihm hier, hier Sauna, Kino, alles am Start. Sauna, Kino, alles am Start, alles irgendwie, naja, aber genutzt wird es dann trotzdem nicht. Sauna hätte ich da gar nicht reingebaut, wenn sie nicht drin gewesen wäre im Haus. Ich schütze auch gar nicht so gerne. Ja, ich schon. Ja, so ich lieber schwitzen als Frieren auf jeden Fall. Aber definitiv, nee, das herauszufinden tatsächlich ist extra. Ich habe gestern Abend, kam im WDR eine Sendung, die heißt Wissen hoch 2. Und Wissen hoch 2 ist, ich habe gedacht, ich bin wieder 30 Jahre zurückgebeamt irgendwie. Es ist im Prinzip ein Studio, ein runder Tisch und drumherum sitzen, so wie damals beim Presseclub, sitzen so vier Nerds, einer moderiert von den vieren und dann geht es wirklich intensiv um Wissenschaft. Gestern ging es um, das habe ich schon wieder vergessen, war einfach Kopf aus TV, nenne ich das normalerweise. Kannst du anmachen, zuhören und dann bleibst du einfach irgendwie dran hängen oder sonst was irgendwie. Genau, um dunkle Materie ging es, genau. Ich bin ja so ein Wissenschafts-Nerd, ich lese das gerne, höre auch gerne Forschung aktuell im Deutschlandfunk und so weiter. Und dann siehst du einfach dieses Format und da war wirklich gebotene Langeweile, dieser runde Tisch, wo vier Leute sitzen, auch wirklich ein Schnitt pro Minute mal irgendwie, dann malen Einspieler. Aber der einzige Unterschied zum Presseclub war, dass sie nicht geraucht haben. Alles andere war im Prinzip gleich, auch das Studio in braun und grau und die Farben so. Und ich habe aber da gesessen und habe es ehrlich gesagt genossen, weil da war kaum Stress vorhanden. Da war kein Memory Overload, wie ich es so immer gerne nenne, weil ich habe mal früher, habe ich mal bei Werbung oder auch bei MTV einfach mal den Ton ausgemacht, um einfach mal den Ton auszublenden und mich einfach nur aufs Bild zu konzentrieren. Und wenn du das mal machst, auch bei Werbung heutzutage oder bei sonstigen modernen Formaten, einfach nur mal den Ton ausmachst und dann mal beobachtest, wie schnell die Schnittfolge ist, wirst du wahnsinnig. Wenn du Epileptiker wärst, würdest du durchdrehen. Was ich so meine. Das ist nur mit der Musik zusammen oder mit dem Ton zusammen erträglich. Aber wenn du den Ton ausmachst und nur Bilder siehst, dann immer wupp, 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 wupp. Und dass unser Hirn dann irgendwann sagt, so jetzt ist es aber auch gut gewesen, ist ja völlig nachvollziehbar. Ja, also es ist ja irgendwie diese gelernte Unaufmerksamkeit oder zumindest die gelernte kleinere Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch. Es ist leider so, dass ich mich da zumindest überhaupt nicht von freisprechen möchte. Aber gut, das ist ein kleiner Exkurs in das Thema. Wir dürfen ein ganz wichtiges Thema heute nicht vergessen, denn wir haben noch eine smarte Kategorie vorbereitet. Eine smarte Surprise in der Kategorie Ich liebe das an der Stelle. Ja, das hast du sehr schön gemacht. Ja, vor allem, wenn wir demnächst die Podcast-Folgen aufzeichnen, dann kommen die am Rahmen des Adventskalenders, den es ja auch dieses Jahr wieder geben wird. Ich glaube, der 8. ist schon in Folge mittlerweile. Hast du den Jingle schon fertig? Der Jingle ist der gleiche wie immer. Das wird aber dann so sein, dass halt der Podcast losgeht mit dem Jingle vom Adventskalender und dann irgendwann halt der gerade gespielte Jingle vom Influencer auch kommt. Vom Plug-Influencer. Woher die Idee kam. Aber wir wollen darüber sprechen, dass ich diese letzte Woche, letzte Woche habe ich einen Plug-In getestet. Und zwar den Smart DS von Sonnable. Und Sonnable sind ja dafür bekannt, dass sie Plug-Ins auch mal ein bisschen anders angreifen. Ich habe den Smart Kompressor auch schon ausprobiert, hatte jetzt den Smart DSer auf dem Tisch liegen. Ich auch. Und moderne Plug-Ins, genau du ja auch, und moderne Plug-Ins schmücken sich ja mit diesem AI-Ding. Und ich habe es im Video auch erzählt, diese künstliche Intelligenz, dass man das wirklich nochmal runter bricht. Es ist keine Intelligenz. Es ist Machine Learning, maschinelles Lernen. Das heißt, die Software wird antrainiert, auf etwas ganz Besonderes zu achten, das zu lernen, das zu erkennen und das dann zu bearbeiten. Und das hat gerade mit dem Blick auf diesen DSer für mich so richtig Sinn gemacht. Voll. Weil, ich meine, da geht es nicht um Geschmack oder so, weißt du, wie beim Gullfoss, der Dinge macht irgendwie und hinterher klingt es besser und du so richtig verstehen tust, du nicht, was er macht oder du hast zumindest nicht durchschaut, was er macht, sondern hier war ganz klar, pass auf, Esslaute, erkennen und bearbeiten. Ich sage mal ganz bewusst bearbeiten. Und Poplaute, also Plosives, Plosivlaute, wenn viel Luft auf eine Membran trifft und dann macht es Bub oder Wump oder sonst was irgendwie, das zu beheben. Und ich fand es erstaunlich, dass diese Software, dieses Machine Learning, diese künstliche Intelligenz tatsächlich dahin wirklich in meinen Sinn, jetzt mal aus Sicht des Entwicklers, intelligent angewandt hat und gesagt hat, okay, ganz klarer Use Case, ganz klarer Einsatzbereich, Esslaute und Pläute, bitteschön. Ja, absolut. Also das, ich finde, das ist jetzt nicht das irgendwie mega auffällige, sexy, ne, ich meine eine ganz spezielle Geschichte, nämlich jeder, jeder weiß, was ein Deesser ist. Gehe ich jetzt mal von aus. Jeder hat auch einen. Oder hat auch einen oder wie auch immer letzten Endes, wenn im Frequenzbereich XY über Pegel XY, dann absenken. dann absenken bitte. Das ist im Prinzip die Arbeitsweise eines Deessers. Ob der jetzt fancy aussieht oder ob der, weiß ich nicht, aussieht wie von vor 40 Jahren. Letzten Endes ist das erstmal die Arbeitsweise. Wenn ich vorm Radio sitze, sehe ich ja nicht, wie die Deesser ausgesehen ist. Ich höre es ja nur. Wurscht. Früher ja klar, auch in Hardware, SPL zum Beispiel. Aber in diesem Sinne ist es so, es ist nicht threshold abhängig. Ne. Und das finde ich einfach, ich kann jetzt nicht sagen, ob es das schon mal irgendwo gab, will ich gar nicht sagen. Nö, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt nicht bekannt, also, sondern du sagst einfach nur, wie stark soll er die S-Laute bearbeiten. Genau. Ne. Und auf welche Art und Weise, wie stark soll er das verändern. Und das finde ich einfach interessant, weil, ähm, was mich zum Beispiel nervt, wenn ich jetzt eine Pop-Produktion habe, ähm, hatte ich jetzt zum Beispiel moderne Pop-Produktionen, richtig fett, untenrum richtig fett, ganz viel Gitarren, Synthies und weiß ich nicht. Ganz ehrlich, im Refrain, wenn dann, äh, irgendwie alles gleichzeitig spielt, äh, da ist dann so ein S-Laut natürlich viel, viel weniger nervig, aufdringlich, als jetzt in der Strophe, wo nur ein Klavier spielt oder, oder nur eine Akustik-Gitarre oder sowas, ne, dann ist es natürlich viel, viel aufdringlicher und natürlich ist der S-Laut in der Strophe, von der Energie jetzt in dem Frequenzbereich, vermutlich, gleich. Ne, die Energie ist vermutlich deutlich, äh, also deutlich leiser, deutlich weniger Pegel. Ne, ich meine gleich im Vergleich zum, zum Refrain, aber fällt da deutlich mehr auf. Genau, also ich sag mal so, äh, wenn wir jetzt beim klassischen DSer wären, dann müsste ich den in der Strophe auf, keine Ahnung, minus 40 dB Fresher stellen und im Refrain-Fetter auf minus 30. Ja, ja. So, und in dem Sinne ist es so, äh, bei dem Smart-TS, er erkennt ja einfach, da ist ein S-Laut, ja. Völlig unabhängig jetzt vom Pegel äh, und bearbeitet ihn. Und vor allem unterschiedliche S-Laute, ne, also es gibt ja, ähm, also jetzt kommt ja wieder der Grieche in mir durch, es gibt verschiedene S-Laute im Griechischen, die mit einzelnen Buchstaben sogar beschäftigen, also ein stimmhaftes S, ist was anderes als ein S, ne, also, äh, sind zwei unterschiedliche Buchstaben im Griechischen und im Deutschen sind es nicht zwei unterschiedliche. Ich habe vergessen, dass S-Laute nichts mit Schmatzen und Röpsen zu tun haben. Okay, dann habe ich verstanden. Aber diese Sibilanz-Sounds oder Phoneme, wie man sie nennen möchte, auf jeden Fall, das ist halt im Deutschen, ist das ein Buchstabe, das S. Und ob man so ein Stimmenhaft, S oder S stimmlos spricht, könnte man jetzt mal ein scharfes S sprechen oder so. Aber auch ein Sch ist ja zum Beispiel ein S-Laut. Also S, S, S sind drei S-Laute. Dann hat der Anfang von T, hat oft auch noch was, so ein Ding dabei. Das heißt, die verschiedenen Laute, die man hat, ist auch irgendwie ein S-Laut, also C, H und so weiter. Und das wird alles erkannt von diesem Plug-in. Und zwar ohne, da habe ich nämlich auch oft Schwierigkeiten. Wo ist denn jetzt der richtige Threshold? Also meistens sagt man ja, der richtige Threshold beim DSer ist, wenn der Sänger oder Sängerin anfängt zu lispeln, dann bist du zu weit gegangen. Dann bitte wieder zurückdrehen. Aber das fängt dann nur einen Spot ein. Das, was du gerade gesagt hast auch vor allem. Und wenn sich Stroph und Refrain unterscheiden und so weiter. Deswegen fand ich da schon den Ansatz cool. Und dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt aber auch bestimmen, wie dieser reduzierte S-Laut denn klingen soll. Soll der etwas weicher klingen, mittel oder soll der sogar scharf klingen? Weil ich das ja sogar umgekehrt genutzt habe. Ich hatte ja eine kaputte Aufnahme tatsächlich, wo der Sänger mit DSer aufgenommen wurde. Und der hat gelispelt. Und ich konnte dem tatsächlich das S wieder beibringen, indem ich eben gesagt habe, den Suppression, also den Unterdrückungsschalter für S-Laut habe ich auf Null geregelt. Und dann den Sharpness, diesen Toncharakterregler habe ich hoch gedreht. Und dann auf Sharp konnte ich dann die Charakteristik von diesem S-Laut noch scharpe. Und dann hat er wieder ein ganz normales S gesprochen. Und da war ich dann schon wirklich, okay, alles klar, das hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das reparieren soll. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ein cooles Anwendungsszenario jetzt, also ganz klassisches, eine Sprachaufnahme für einen Christmas Garden quasi. Oh, wo du ja eine riesen Produktion gemacht hast. Genau, ein riesiges Ding. Und da war, also für alle die, ja ganz kurz mal, Christmas Garden ist europaweit, weltweit, wie auch immer, im weitesten Sinne sind das Lichtinstallationen, Lichtlaser, was auch immer Installationen. Shows, ne? Shows, auf Gebäude, Gebäudefassaden, auf in Wäldern, Bäumen, Seen, weiß ich nicht. Auch hier war spektakulär im Auge. Genau, das ist immer halt in der Weihnachtszeit, geht jetzt, genau, geht jetzt los, Mitte November bis meistens Anfang des Jahres, also auf jeden Fall über Neujahr. Und auch europaweit in ganz vielen Städten vor allem, ne? In Deutschland, in Berlin, Stuttgart, Amsterdam, Paris. Ich hatte in Hamburg eine riesen Plakation, eine ganze Häuserwand voll, wo drauf stand, hier Christmas Garden. Also mega, eine riesen Produktion. Das ist eine ganz, ganz riesige Geschichte. Wie du gemastert hast. Genau, der Komponist, also es wird tatsächlich, die Installation entsteht zuerst. Und der Komponist, das ist der liebe Burkhard Finke aus Münster auch, aus dem Epizentrum Münster-Wolbeck. Aus dem audiophilen Epizentrum. Genau, der komponiert dann passend zu diesen virtuellen Sachen, die er bekommt. Er bekommt dann diese Lichtinstallationen oder diese Lichtshows. Eine Animation wahrscheinlich oder so, ne? Genau, virtuelle Animationen dann und komponiert darauf die Musik. Und jetzt seit, ja, knapp seit letztem Jahr irgendwie, ein bisschen mehr als im Jahr arbeiten wir da jetzt zusammen. Und ich sag mal so, ich mache da sehr ausgedehnte STEM-Mastering. Kurz vor Mix. Ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr nah am Mix. Aber der hat halt einfach ein unheimliches Pensum, was er da hat. Also das sind ja quasi nicht wie viele Standorte. Also er macht jede Show, wird individuell quasi. Ja, es gibt da manchmal, holt da vielleicht nochmal was aus der Rings. Ja, Geschenk. Oder eine ähnliche Lichtinstallation, die mal vor fünf Jahren da war. Die kommt jetzt nach. Der muss ja trotzdem angepasst werden und so weiter. Und das große Problem ist, dass viele Standorte mit 100-Volt-Technik arbeiten. Okay. Weil da kein Strom ist. Kannst du das mal kurz erklären? Ich kenne es nur aus der Kirche, 100-Volt-Technik. Diese schmalen Lautsprecher, die überall hängen irgendwie. Ja, 100-Volt-Technik läuft halt auf Batterie oder Akku auch. Ich weiß nicht, ob das der Hauptgrund auch ist. Ich weiß, ich verbinde 100-Volt-Technik nochmal mit einem schlechten Klang. Ja, ja, genau, das ist korrekt. Außer natürlich diese Hochvoltage-Produkte von SPL, wo im Gerät beim Phonitor zum Beispiel 120-Volt. Oder mit 120-Volt intern gearbeitet wird. Aber das ist was anderes. Ich bin auch wieder, da bin ich auch wieder mit reichlich gefährlichem Halbwissen gesegnet. Okay, alles klar. An der Stelle. Es ist, ich mache mir jetzt 100-Volt und es ist eine Sound-Einbuße dadurch sozusagen. Das heißt, man muss da schon schauen, ein gutes Mittelding finden. Jetzt basiert natürlich diese Musik, es ist ja Weihnachten, basiert natürlich viel auf Glöckchen und hier Kling, Kling, Kling und Slay-Bells. Ja, aber wenn du Lichtinstallation hast, kommen ja auch zwischendurch so Wuff und Wuff. Da kommt auch ganz viel Supers und so, kommt auch da rein. Also es ist schon sehr, sehr vielseitig irgendwie, von fast schon Pop-Produktion bis hin zu ganz orchestral, vielleicht auch nur Klavier oder sowas. Okay. Und der Burkhard macht dann einen grandiosen Job und haut mir dann wirklich eine Vielzahl an Stamps auch immer rüber, die ich dann master. Und jetzt die letzte Geschichte, also ich weiß nicht, wie viele wir wieder dieses Jahr gemacht haben zusammen, keine Ahnung. Die letzte Geschichte war jetzt für den Standort Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht und das nennt sich Zauberwald. Okay. Und da gibt es eine Sprecherin, die dann quasi über den Zauberwald erzählt und wie das heutzutage ja oftmals der Fall ist, hat die Sprecherin sich vermutlich dann irgendwie selber auch aufgenommen. Und ich sage mal, die Aufnahme war jetzt nicht perfekt. Die Aufnahme, der Raum, das Mikro, irgendwie in Kombination mit allem. Also wir hatten einen unheimlich starken Nahbesprechungseffekt, dadurch auch unheimlich starke Plosivlaute. Also kein Popfilter. Ja, oder zumindest, vielleicht hat er dann auch nicht mehr gewirkt. Irgendwann muss er den Abstand auch anhalten, das kann er nicht. Und halt, ich sage mal so, die S-Laute hatten mehr Energie tatsächlich als das eigentliche Nutzsignal, was ich im Frequenzbereich halt, ich sage jetzt mal, unterhalb von 5 kHz haben möchte. Und da war wirklich schon eine Gradwanderung. Da habe ich gedacht, naja gut, das ist ja ein gutes Anwendungsszenario, um jetzt mal den Smart-DS von Sonnabill zu testen. Und für alle, die jetzt dein Video noch nicht gesehen haben, dann gerne mal reinschauen. Ich verlinke das mal hier oben. Du gibst ja bei diesen Sonnabill-Produkten, ich benutze auch den Limiter gerne, gibt es ja dann dieses Learn oder Analyze, dass er quasi einmal sich was anhört da und dann einen Vorschlag zumindest unterbreitet, wie er das bearbeiten möchte. Und ich habe tatsächlich das Plugin installiert, aktiviert, draufgemacht, Analyze und habe gedacht, was ist denn jetzt hier? Also, negativ. Das kann aber jetzt hier nicht die Reinkarnation eines Deessers irgendwie sein. Okay. Und habe gedacht, jeder verdient ja eine zweite Chance im Leben. Gibst du noch eine Chance, genau. Habe nochmal auf Play gedrückt, habe nochmal auf Analyze gedrückt und siehe da, alles war gut. War wahrscheinlich einfach, der hat auch gedacht, hallo, lass mich doch, ich bin gerade erstmal hier installiert. Ich weiß doch noch gar nicht, wo ich hier bin. Lass mich erstmal ankommen hier. Keine Ahnung, woran das lag. Ist ja auch nur ein Vorschlag, man mischt ja immer noch mit den Ohren. Für alle die, die das dann vielleicht auch mal testen oder so, vielleicht mal gerne tatsächlich nochmal auf ein paar Takt später, wenn ihr jetzt eine klassische Gesang-Gesangsaufnahme habt, geht nochmal an eine andere Stelle und drückt nochmal auf Learn oder Analyze oder wie das heißt. Vielleicht brauchen die das da auch einfach, das dann und dann war es wirklich extrem positiv, was das Ding gemacht hat. Muss man schon sagen. Vor allem, wenn du die Plosivlaute gleich noch mit rausnehmen konntest. So, das war, das fand ich am krassesten, muss ich ganz ehrlich sagen, so mit den Plosivlauten. Die S hat er auch, ja. Aber wer dem Podcast schon länger zuhört oder so, weiß ja auch, dass ich immer sage, der beste DSer ist die Lautstärke-Automation. Das ist so, aber derjenige, der den Podcast hört, weiß auch, dass bei 1 Stunde Podcast Lautstärke-Automation schwierig durchzuführen ist. Bei einem Podcast mit Sicherheit. Hop-Song bin ich voll bei dir. Aber bei einem 3-Hat-Denoten-Song, wenn du wirklich Probleme hast mit S-Lauten, ich sag jetzt mal bei, keine Ahnung, bestimmt 80% der Sängern und Aufnahmen, ist es ja überhaupt kein Problem, DSer oder einen dynamischen Inqueue einzusetzen. Der macht ja nichts kaputt. Ja, ja, genau. Manchmal hast du auch so... Auch in zwei Stufen gerne mal, ne? Ja. Also ruhig auch mal zweimal benutzen. Aber manchmal hast du ja so Szenarios, wo es einfach nicht schön wird mit DSer oder es reicht immer noch nicht oder sowas, ne? Und in dem Fall war es jetzt auch so, diese Sprachaufnahme war zum Glück nicht lang. Das war irgendwie ein 3-Minuten-Song und davon war es eine Minute Sprache oder so. Und da bin ich dann tatsächlich durchgegangen, hab's händisch noch gemacht plus den Smart-DS. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie krass das war, hab ich danach tatsächlich noch einen dynamischen Equalizer gehabt, der dann auch nochmal eingegriffen hat. Ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, gerade diese Geschichte mit den Plosivlauten, da hätte ich jetzt nur eine Idee gehabt, das noch anders zu lösen. Ja. Mit RX. Von RX, genau, ja. Ähm, wobei ich da auch nicht immer so zu 100% zu zufriedenstellenden Ergebnissen gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, es gibt ja verschiedene Plosivlaute. Ich hab das gerade jetzt auch wieder in der Aufnahme gehabt, dass einmal diese explosiven Laute und dann hast du aber, wenn einer auf die Membran pustet... Das ist Fub. Genau, dieses Fub. Ja. Also einmal Puh und einmal Fub. Und diese Fubs finde ich immer ganz schwierig unter Kontrolle zu kriegen. Ich bin dann oft so, dass ich dann auch, wenn es mich wirklich nervt, dann tatsächlich händisch einsteige und dann den Clip freischneide kurz und da dann mit einem Low-Cut irgendwie gucke, dass ich das dann nur für dieses eine kurze, für diesen einen kurzen Moment wegkriege. Aber das, wie gesagt, bei einem Podcast nicht machbar. Nein. Kein. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein hilfreiches Tool, so ein Automatik-Ding. Kein Fall. Es hat vermutlich, oder nicht vermutlich, es hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Ja. Und das ist jetzt nicht der 500.000ste DSer, der halt irgendwie nach gleichem Prinzip pegelabhängig dann arbeitet, sondern sie haben sich da schon was überlegt. Und wie gesagt, ich bin... Definitiv. Ich bin ein großer Fan von dem Limiter, irgendwie auch jetzt nicht wegen der automatischen Einstellung da oder Erkennung, sondern einfach nur, weil du damit einfach einen furchtbar flexiblen Limiter auch hast, der einen guten Job macht. Aber der beide bedienen kann, entweder den Pro mit vielen Einstellmöglichkeiten, aber auch den Einsteiger, der eben noch nicht alle Knöpfe kennt mit Vornamen. Ob das dann Ozone oder so, das sind nun mal alles diese Sachen, wie ich schon gesagt habe, das KI, ja. KI heißt in dem Moment einfach nur, die haben halt diese Software mit unheimlich viel Zeug gefüttert. Unheimlich viel S-Lauten. Ja. Bis sie gebrochen haben. Genau. Lern dat, ne? Sieh zu, dass du dat hinkriegst. Oder wie man bei uns in Münsterland sagt, Saito. Ja. So wie früher die Studio-Assistenten so lange getreten wurden, bis sie alle S-Laute händisch in der Album-Produktion. Dann hat es das im Studio. Wo es nicht nass ist, kann gerannt werden. Ja, auch das. Ja, von daher glaube ich schon, dass Smart-DS eine gute Sache ist. Ich weiß nicht, was es kostet. Marktpreis, keine Ahnung. Ja, jeder, der sich auch dafür interessiert, guckt mal ins Video rein, habe ich hier verlinkt auf jeden Fall. Und da gibt es auch noch einen Rabattcode, der bis zum 1.12., glaube ich, exklusiv im Recording-Blog läuft. Also von daher, auch da lohnt es sich mal reinzugucken. Gebt eine Testversion, also bitte vorher ausprobieren. Und wenn ihr dann feststellt, das ist euer Plugin, dann den Rabattcode bis zum 1.12. noch nutzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt einen Einführungspreis und Rabattcode. Kostet das, glaube ich, etwas mehr als 50 Euro zusammen oder so. Ah ja, dann. Wenn man Glück hat, schaut mal, könnte es sich auf jeden Fall lohnen. Auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Ding, mit dem man arbeiten könnte. Es gibt verschiedene andere. Ich habe unter dem Video auch einen Hinweis gekriegt, ich sollte den Smart EQ 3 auch mal ausprobieren. Den habe ich nämlich noch gar nicht. Und vielleicht sollte ich da auch nochmal drüber nachdenken, weil da soll es so ein cooles Feature geben, dass das Plugin sich mit dem gleichen Plugin auf anderen Kanälen unterhält, quasi, und sich gegenseitig die Maskierungen ausredet oder so. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Wäre ja auch mal ein spannendes Feld. Auch nur, ich kenne das auch nur vom Hörensagen, dass es diese Funktion gibt. Ja, dann müssen wir das doch mal auf den Plan setzen als nächstes. Klingt auf jeden Fall auch interessant. Genau. Gibt es ja beim FabFilter Pro Q3 auch die Funktion, dass du dir andere Frequenzkurven anzeigen lassen kannst. FabFilter kannst du ja als, habe ich neulich wieder gemacht, tatsächlich als Match EQ benutzen. Ne, das meine ich gar nicht. Achso, das meinst du gar nicht. Ne, es gibt unten im FabFilter die Möglichkeit, andere Spuren anzeigen zu lassen. Und dann zeigt er dir mittels, also es werden dann beide Frequenzkurven angezeigt. Und er zeigt quasi mit roter Hitter. So, wo es dann zu viel wird, okay. Ja, wo die sich maskieren, wo die sich überlagern. Ja, also kriegst du ein optisches Feedback quasi. Dazu musst du also nicht nur hören. Die machen das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ja auch sogar eine Möglichkeit gibt, das gegeneinander dann irgendwie zu inversieren oder so. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Ich bin da jetzt aber auch nicht so, hab das auch noch nie. Aber da kann man zum Beispiel den Match EQ ja auch ganz schön nutzen, indem man im Prinzip zwei Signale miteinander matcht und dann eben nicht das eine auf das andere angleicht, sondern den Match EQ quasi negativ benutzt und das rausdreht, was er gematcht hat, um die beiden Signale voneinander zu trennen. Auch ein spannendes Ding. Und um das hier ganz zum Schluss noch zu bringen, ich hab ja gebastelt auch extra für dich. Ja? Ja, du hattest ja den Wunsch, dass du Metric AB, das Vergleich von Adapter, Metric AB das Vergleich, genau das auf jeden Fall, dass du das per Knopfdruck steuern möchtest. Ja. Und ich hab's geschafft. Dazu, du bringst mir jetzt hier heute dein Desk-Ding, wie heißt das? Mein Stream Deck. Stream Deck, du bist mit? Mach ich nächstes Mal, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich's geschafft habe, tatsächlich. Denn die Aufgabenstellung war von Björn, er möchte gerne Metric AB nicht immer ins Plugin rein, reinklicken, umschalten oder sonst was, sondern einen physischen Knopf haben hier an seinem Mischpult, um dann da drauf zu drücken und zu sagen, okay, A, B und dann auch noch Match für die Lautstärke abgleich. Genau, und ich hab herausgefunden, dass nicht nur das geht, mit Stream Deck und Companion heißt das Programm, von Bitwig ist das, glaube ich, sogar, der Companion. Wir haben die Jungs, glaube ich, auf der Messe getroffen, Bitwig Companion, da haben wir nämlich drüber gesprochen, da hast du den Wunsch formuliert. Ja, ja, da hab ich ziemlich gefragt. Und du kannst darüber auch verschiedene Referenzen abrufen, das heißt also, wenn du dir neun Stück zurechtlegst, kannst du auch die einzelnen abwenden, wenn man wollen würde, und so weiter und so fort. Also man kann nahezu alles tatsächlich mit einem Stream Deck auf Knopfdruck... Also muss ich mir jetzt ein Stream Deck kaufen? Ja, würde ich empfehlen. Und wie das dann abgelaufen ist, berichten wir beim nächsten Mal. Genau, und wenn ihr Lust habt, nach diesem Podcast noch ein bisschen schöne Musik zu hören, hast du einen wunderschönen Anspieltipp für euch, nämlich die Christmas Lights. Ah, okay, wir sind ja auch in der Vorweinheit. Wir sind in der Vorweinheit. Christmas Lights müsst ihr mal beim Streaming-Partner eures Vertrauens... Oder einfach kaufen. ...eingeben, ja, weiß gar nicht, wahrscheinlich iTunes auch. Christmas Lights von Christmas Gardens, oder Garden ist natürlich Quatsch, ist natürlich nicht der Interpret, der Interpret ist in dem Fall der Burkhardt und auch der liebe Henning Fährlage übrigens. Henning Fährlage, früher unheilig, genau. Genau, hat das mitkomponiert. Ich durfte das stemmastern und das ist letzte Woche erschienen und tatsächlich bei Warner Music erschienen. Die haben sich dafür die Rechte gesichert. Schaut da mal rein. Christmas Lights, Christmas Garden und da kommt ihr auf jeden Fall noch so ein bisschen... Hat so ein bisschen Coca-Cola-Weihnachtsspot-Vibes, sag ich jetzt mal. Okay. Ist vielleicht für so ein... Wer weiß, was heute für Wetter ist, ich sag jetzt einfach mal vielleicht so ein November, Sonntag, ganz nett, bei einer Tasse Tee. Draußen knallt der Regen oder der Schnee gegen die Tür, man sitzt so in der Decke eingemummelt, der Ofen brüllt vor sich hin. Ich glaube, Schnee ist noch nicht jetzt diese Woche, aber... Ja, vielleicht. Ich hab neulich noch festgestellt, wie warm es aktuell ist. Aber könnt ihr, Björn, auf jeden Fall bei der Arbeit dazu hören? Ja, zuhören. Genau. Christmas Lights, Christmas Garden und in diesem Sinne schalten sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Eine alte russische Weise. Der beste Fisch ist die Wurst. Da geh ich auf jeden Fall mit. Bis dahin, macht's gut. Lasst euch gut gehen auf die Bretter, wenn es schneit. Ja, saß. Eieiei, tschüss. Gerade auch die Kurve gekriegt. Ich mag diesen Spruch. Der beste Fisch ist die Wurst. Ja, und alles unter 400 Gramm Aufschnitt. So, Carpaccio. Carpaccio.